Hallo YouTube, was geht es wieder soweit? Ich habe mir eine verrückte Challenge vorgenommen und zwar möchte ich innerhalb von einem Stream in 10 Games 20 Wins machen. Wir starten jetzt die Challenge, der Countdown fängt jetzt an. Ich freue mich über einen Daumen nach oben, lasse einen Kommentar da und viel, viel Spaß mit dem Highlight-Video. Wo kommt die Zone denn? Jetzt. Ah! Nicht der Zweite! Ist das stark, Micky? Zusammen, links, wie uns. Let's go! Yeah! Guck, guck, guck jetzt. Micky, watch this. Mitte unten am Connector einer. Mitte unten noch. Das kann doch! Molle, du trommst nicht. Hey! Ach, dieser Klau. Dieser dumme Wichser mit seinem Frank-Has-E-Profil-Mail. Do not. Wo liegt die Bombe? Ach! Der Dängst, wie heißt der Scheiß-Sane? Wie? Jawohl! Der Dängst, dieser Gag, der! Oh, ich hab ein... Ja, Bro. Last one, 10 HP. Ja! Oh mein Gott! Boah, ich lieb dich. Und Zeit, letzter Zeit. Ja, bitte. Micky, du machst das 1 gegen 4. Wenn du das schaffst, Micky, kriegst du gar nichts von mir. Richtig. Links, links, links. Ich hab aber auch schon wieder 3. Siehst du meine Maus? Siehst du das? Was? Ich seh ihn nicht. Einer mitte oben. Noch einer mitte gewesen. Ah! Was macht ihr denn wieder, Jungs? Ah! Was soll ich denn noch machen? Ich sag's doch, das ist der Call gewesen, Jungs. Das ist ein guter Call gewesen. Was ist das für ein hässliches Maus? Okay, let's go, Jungs. Zwei wins. Zwei wins in Rocket League. Halt deine Presse! Wie nüt' ich ihn, Jungs. Los, 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 ich fach vor, ich fach vor, ich fach vor. Ey, bitte. Ich fach vor, ich fach vor. Komm! Ah! Ich hab ihn! hier so lange ein Rocket League brauchen, das geht nicht. Back to back jetzt. Richtig. Ganz stark. Oh. Katja? Der rammt mich weg. Wer war das? Ja, bitte! Nein! Ja! Bitte! Ja, richtig, die Eins. Oh, die Eins. Richtig? Ja! Richtig! Ja, gut, ich hab keins. Richtig! Oh, gut, Meki! Oh, nein! Oh, ganz langer. Wow, safe! Raus, raus, raus! Du musst mal ein bisschen schneller hinterherjoinen. Digga, was soll ich denn machen? Schneller geht's nicht! Was gehst du denn in eine Lobby rein? Ja, was soll ich denn sonst machen? Ach so, ja, stimmt, das geht ja nur so. Oh, da sind die Japaner drin, Digga. Ich sag dir, du sollst lieber rausgehen. Die werden uns brechen. Komm noch mal rein, komm noch mal rein, komm noch mal rein. Digga, sag doch, wenn du rausgehst! Jetzt, 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 jetzt! Geht sich, ich muss doch erstmal rausgehen! Jetzt, 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 jetzt! Der Junge ist so lost, Mann. Jetzt, 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 jetzt! Digga, der Typ ist so verloren. Jetzt rein! Weil der Soundrohrt. Jetzt, 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 jetzt Hast du es geschafft? Dann siehst du doch, dass ich es geschafft habe! Einen mit dem blauen Digga, ist... also was mir hier gerade passiert ist wirklich skandalös Oh, Fickfuck, Controller! Aufm achten! Was gehst du da? Ich hab blau bekommen! Och, scheiß auf dich! Scheiß auf dich, Rohat wirklich! Na, tut mir leid, Digga, nächstes Mal sag ich dem einfach, der soll keine blaue schmeißen! Was willst du denn? Hey, du Schwanz auf dem sechsten! Micky, wo bist du? Sag mal, du netter Mensch! Sag mal, wo du bist! Erzähl mal, sag mal, wo du bist! Sag mal, wo du dich rumtreibst! Ich war auf dem siebten Ich war auf dem siebten Ist schön Ist gut, du auch mal ein bisschen hinten stehen Was hast du denn auf den Rettner, was sonst nichts bringt? Was redest du? Was hast du den Mund auf? Zweiter, Erster bringt was, Dritter bringt gar nichts Wenigstens spiele ich vorne mit, wenn wir vorne miteinander zusammen sind Ich bin auf der Zwei, Micky Wir sind beide auf Oh mein Gott! Let's go! Piss dich, Micky! Raus, 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 raus Raus, raus, raus Raus, raus, raus Jetzt sofort Fühl einfach so Einfach jetzt Hurensohn spiel! Ihr könnt auf die Banane hoffen Ich bin ein Bananenspieler Hier, guck mal hier Okay, wenn doch keine gute Banane Mords wetten Jetzt müssen wir uns direkt los Jungs, ich hab die ganze Zeit zweimal alleine, Mann! Seid ihr Scheiße! Nur noch verteidigen, wir haben es Sechs, vier Wir haben es Wir haben es Wir haben es Digga, was ist also Hey, was ist denn mit diesem Game gerade? Oh mein Gott Durch zu viert Räubern Haltet ihn auf! Wir sind 3 gegen 1 Ich halte den Samurai Ich halte den Samurai Ich halte Kuhan die ganze Zeit fest Halt ihn fest Ich bin so ein Stückchen fest Ja! Ich hab Kuhan so rausgemacht Sagst du oder sagen wir Sagst du oder soll ich es sagen? Weil so ist die Das ist nicht die Challenge Natürlich ist das die Challenge Wenn wir nochmal suchen würden Würden wir wieder nicht 40 voll bekommen Oder nur mit Kuhn Nein, das hat doch damit nichts zu tun Doch Ich hab's gesehen in deinem Video Nein, es hat was damit zu tun Dass es ein anderer Modus ist, Eli Ach echt jetzt? Ja Ach ich bin die ganze Zeit ein Neu Aber eigentlich Also ich bin nicht Ich bin nicht der Schiedsrichter War schon sehr einfach, oder? Also pfff Das lag da dran Weil wir Glück hatten Woah Oh mein Gott 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 Und der Bruch ist unausweichlich Oh mein Gott Ich hab da unten hingehen müssen, Digga Oh Oh What? Das ist ein Gehen Nein, Micky Ja, warum trollt er uns, Digga? Das verstehe ich nicht Ja, ne trollt Guck mal, guck mal, guck mal Er trollt uns Ruhig, Rohat Hier, hier bleiben Ganz langsam jetzt Ganz langsam und du hast es Ganz langsam, Rohat Oh, du gegen Lendenbruch Jetzt kann er zeigen Oh mein Gott Lendenbruch, spring runter Spring runter Spring runter, Lendenbruch Sei ein guter Sohn Jaaaaah Du bist mein Sohn, Junge Du bist mein Sohn Mein Mann Rohat, komm Rohat Rohat, brich nicht Ich bin ein Notensohn Ich bin ein Notensohn Ich bin ein Notensohn Jaaaaah Jaaaaah Ich bin ein Notensohn Ich bin ein Notensohn Ich bin ein Notensohn Ich bin ein Notensohn Good Boys, Good Boys Good Points Good Points Edi Geller muss auf Edi Geller klingt sich aus Nein, Edi Geller Doch, ich muss morgen früh raus Ich wollte eigentlich schon bis dreimal Bro Bro Edi Geller out Okay, dann sag jetzt nochmal deine letzten Worte zur Challenge Ich wünsche euch viel Glück, Bro Macht weiter so Viel Spaß Und Edi Geller out Über dir, über dir Oder auch nicht Er ist dumm Sorry Bro Mach A nicht Beton, Miki, bitte Beton Ich ruh ihn an Beton wird angerührt Könnt noch ein bisschen flüssig sein Auf A ist Beton Mach ruhig, ruhig gekummelt Boah Schichtig GG Wie soll ich um die Uhrzeit konzentriert Fortnite spielen, Jungs? Erzähl mir das mal Rohat, komm mal jetzt wieder ein bisschen klar Raff dich mal ein bisschen Ja Das würdest du mir erzählen eigentlich Aber was soll's tun? Ich hab drei Kills Warum spielen wir nicht Bauen Modus? Warum wir nicht Bauen, spielen ist dein Ernst? Ja Weil jeder verkrackte, dreckige 13-Jährige Der eigentlich Hausaufgaben machen sollte Das Spiel beherrscht Als wenn er nichts anderes tut in seinem Scheiß-Drecksleben Das ist das für eine Scheiß-Frage Weil die von morgens bis abends nichts anderes machen Als Edits zu flexen Und ihren verfickten Beitrag dann auf Twitter zu teilen Mit 17 Followern Die Wichser Miki, du machst da was ganz dummes Die Gier Einer riftet über mir, Jungs Über mir rift Über mir rift Über mir rift Das Spiel bewegt Wichser Wichser Noch einer da Gernsat, Aufblick von mir Ich hab ihn Stark Richtig Back to back Richtig Wichser 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 Ich hab das beste Squad EU-West erwischt. Brauch' Help. Jungs, ich brauch' sofort' Help. Ich brauch' sofort' Help. Ja, ich bin dabei. Okay, ich hab' sie, aber warten ab. Sag' ich's! Sag's nicht, Chad. Sag's nicht, sag' ich! Oh mein Gott. Trier. Lena, so ein W-Team. Oh, Lena. Oh, nein. Lena. Das war ich aber. Lena, du bist so ne geile Sau, Junge. Hat Lena euch auch'n Herz gegeben? Ich spring' runter. Ich spring' runter. Ich glaub' einer ist noch oben. Ist noch einer oben, glaub' ich, oder? Nein, nein. Alle oben. Alle hinter dem Container. Du gehst aber auf volle Kanar-Line rein, ne? Ich bin weg, ich bin weg. Alles gut. Minus 90 einer. Einer low. Alle low. Einer minus 100, 50. Der Rest. Der Rest. Irgendwie. Nicht für'n Flatschen. Oh! 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 So stark von euch, Jungs. Oh! Oh! Baby, we done it! Wir müssen es dringend beenden. Oh! Oh! Die Maske, die du jetzt hast? Ah! 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 Ja! Eigentlich finischen. Aaron und finischen eigentlich. Aber ich glaube, wir können auch so finischen. Wir können auch so finischen, wenn ihr alle kommt. Aber jetzt müssen wir wirklich ran. Ich reiß' die Türme ein. Ich reiß' die Türme ein. Ich reiß' die Türme ein. Ich tank, ich tank! Weg! 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 Weg mit dem Turm. Und auf'n Nexus! Oh mein Gott. Die perfekte Fick-Fack-Irilla. Was machen unsere Mates aber? Ist okay. Ist wohl. Zwei Tower. Nexus ist offen. Weg mit ihm! 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 Ja! 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 Jetzt finischen! Rauf da, Rohat! Mach Out-All-Takes, Rohat! Rohat! Ja! Nur rauf! Hier! Attackieren! Ja! Ja! Genau so, Rohat! Ja! Einfach nur rauf! Bis es weg ist, Rohat! Bis es weg ist! Ja! Ja, Rohat! Ja! Jode! Jode, finish this, bitte! Rohat, mach weiter! Nein, Rohat! Weg! Weg! Micky, beend das Ding einfach! Hau das Ding zu brei! Bitte! Ja! Die Eis! Junge, 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 Junge! Finish! Finish den Nexus! Wirf den Regensfeuer! Vernicht ihn! Bitte push doch mit mir! 10! Geh ran! Geh ran! Ich hab kein Mana, Bro! Hier, 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 hier! Wo springt er denn hin? Ja! Wirf ihn ins Feuerteil! Vernichte ihn! Guckst du dir an! Ja! Junge, 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 Junge! Junge, 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 Junge! Ei, 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 ei! Endlich fertig mit diesem Schmutz-Schwanz! Schöne Sache, Harry! Schöne Sache! Orion, grüß dich! Ich wollte einfach mal fragen, wie es euch geht! Ich hab's gut eigentlich! Verpist' ich! Verpist' ich! Nach 27 Stunden! Ruhig und ausgeglichen, weißt du? Jetzt, wo Warzone auch noch ansteht, weiß man, dass man auch die Ausdauer, den Atem haben muss! Lass uns das jetzt holen! Wir holen das jetzt! Micky, machst du dir nebenbei von mir aus so krass einen rein, dass du jeden umbrinkst? Ist mir scheißegal, aber wir holen jetzt die Runde! Ja! Warum ist denn hier schon wieder keine Waffe? In dem huren Leuchtturm? Den Schwanz aus dem Mund, den du redest! Nimm mal lieber den Schwanz aus dem Arsch, wenn du Warzone spielst! Weil so spielst du! Digga, du Schwanz! Bist die ganze Zeit fünf Minuten weg, damit du Schwanz im Arsch hast! Ich kann nicht mal ne richtige Runde spielen! Wir sind ein Team! Lass uns raus, wir sind ein Team! Bündete Ausrüstung! Einer bei mir im Haus, der ist Crack, Crack, Crack! Brauch Hilfe! Digga, Micky, ich geh raus! Digga! Schädelbasis fragt Uweiro! Die laufen da hoch! Boah, du schießt, Bro! Du musst Moven da! Du musst da Moven! Ich hab mich schon mal... Ich hab mich schon weh gelegt! Ja, ich hab in meinem Leben selten so nen Schwanz gesehen wie dich! Ich hab hier die linke Seite aber doch mal freigehalten! Ich hab in meinem Leben selten so nen Schwanz gesehen wie dich, Digga! Was du nicht auch ganz gerne ein bisschen Oberkörper frei zu mir legen kannst! Ich würd dir ein bisschen die Brust streicheln! Auf süß! Auf Beruhigung! Deine Schnauze! Was ist mit ihm passiert? Das war mein schwacher Arm, tut mir leid! Das war der schwache Arm! Digga, Micky! Ich hab mit meinem schwachen Arm gebrochen das C4! Er ist so ein Geek! Hast du Geld? Ja! Wollen wir kurz Geld? Gib mir Geld! Platten! 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 Wollen wir auf den vorne schießen? Warte, warte, warte! Ja, okay! Abfahrt! Das ist ne Muchwaffe! Hast du keine anderen hoch? Zwei down! Zwei down! Zwei down! Nein! Wie zwei down, Digga! Hier sind doch zwei! Ich dachte, das wäre nur noch der eine! Ich glaub das nicht, Digga! Ich glaub das nicht, Digga! Ist das geil! Ist das gestört! Es waren vier! Ja! Weil wir Squad gesucht haben wegen Ansichs Streamsniper! Es waren vier! Ja! Ja! Weil die Squad gesucht haben! Ist dir das nicht aufgefallen? Oh mein... Nein! Ich dachte, das ist nur noch einer, Digga! Ich schieß mit voller Motivation auf ihn und werd von einem anderen geholt, Digga! Geil! Bruch! Definition! Substantiv! Maskulin! Der! Das Brechen, Auseinanderbrechen, Zerbrechen von etwas, besonders durch Einwirkung, durch Druck oder Stoß! Wie wird ein Trümmerbruch behandelt? Einfachen Brüchen! Lass sich die TBR-Kopf-Fraktur mit Hilfe einer Ruhigstellung behandeln! Komplexe Brüche! Mit verschobenen Fragmenten therapiert man operativ! Das Gelenk wird in einer Operation mit Schrauben und Platten stabilisiert! Das ist ein alkoholfreies Chat, entspannt euch! Es ist ein alkoholfreies Bier! Und ich darf... Ich kann mir mal hier kurz ein Zielwasser genehmigen! Der holt sich einfach ein Bier, Digga! Alles gesehen! Du hältst deine Fresse, du Notensau! Hast du das verstanden? Ich hält deine Fresse? Ich Notensau? Ja, du Notensau! Du gewinnst mit mir jetzt hier die Runde, sonst raste ich gleich richtig aus! Okay? Sonst raste ich gleich richtig aus! Ich wollte eigentlich verlieren! Ich wollte eigentlich noch 6 Stunden in diesem Scheißgame verbringen! Micky, spielst du mit? Ich hätte... Äh... Oh Gott, Dings! Äh... Unge geschrieben! Oder dir kann dir... Obama kann dir schreiben, ne? Obama himself kann dir schreiben! Aber wenn du hier aus diesem Schwanzgame AFK gehst und wir wieder deswegen Zeit verlieren und eine Runde verlieren, dann raste ich aus! Hast du mich verstanden? Ich kann das nicht mehr! Ich wurde gerade von meinem Mate angeschrieben, äh... Unge, weil ich bin seit 30 Stunden live und hab ne Challenge probiert, 10 Games, 20 Wins und ich hab grad geschrieben, ich muss kurz AFK, muss unge schreiben! Dann wurde ich angeschrien! Aber ich schreib halt lieber dir, weil ich auf Rohat scheiße! Jetzt fehlt noch so ein Sticker, wie du am Blasen bist! Ich freu mich auch! Aber richtig! Wenn du so ein bisschen im Mund hast, das fehlt auch noch! Weißt du, was du im Mund hast? Weißt du, was du im Mund hast? Hm? Ich hab hier... Ich hab... Guck mal! Ich bin verzweifelt, Micky! Ich bin verzweifelt! Boah, wir hängen hier seit 4 Stunden in diesem Schwanzgame! Lass uns doch einfach einmal, einmal zusammenreißen! Und dieses Schwanzgame spielen! Ich kann das nicht mehr! Ja, wundervollen guten Abend, äh, Frau Westphal, äh, äh, Michael, äh, Dullais hier! Ich wollte nur... Ein Team, mit dem er hat es hat verloren, und er kehrt zur Basis zurück! Guten Abend, Frau Westphal, Michael Dullais hier! Ich wollte denen meinen Zahnarzttermin für morgen früh um 8 Uhr absagen! Und gegebenenfalls, ähm, also ich bin grad noch quasi auf der Arbeit! Und, äh, eventuell, äh, schaffen wir es ja dann Dienstag! Kommt auf, äh, ähm, einen Arbeitskollegen von mir drauf an! Roat! Wie der seine Leistung abruft! Danke, wir hören! Wir haben genug Geld, um, äh, um unser schwarzes Schaf wieder zu holen! Danke! Ah, da ist er wieder. Macht ihn euch an. Da kommt er vom Himmel. Ah! Ich habe auch keinen Bock mehr. Wir haben jetzt eine Runde mit dem Pro gespielt. Also nach fünf Stunden war ich jetzt so, dass ich sage, okay, nehme ich einen Pro mit. Weil ich konnte nicht mehr. Ja, ich weiß, weil du lustlos bist. Jetzt kommt, das geht nicht. Ich will die Challenge jetzt durchhaben. Wie geht es dir so mental? Es sind ja jetzt 31 Stunden live. Ist hart. Ah! Schmerz! Du kommst doch nicht hoch, bro. Ich kann es nicht mehr sehen, Jungs. Meine Augen bluten, wirklich. Und wie geht mein Huch in so ein Spiel? Digga, wie geht dieser Hurensohn von Bastardstuhl eigentlich runter? Noblechair, ihr unfähigen Schwänze. Das Ding hat mehr gekostet, als die scheiß Niere. Pass auf, dass du dir die Finger nicht einklemmst. Das hatte ich mal. Oh, mein Gott. Er durch, bro. Du musst uns vorschicken, bro. Ja, du musst uns vorschicken wie Schafe. Vor allem, bro hat. Den dort. Miki. Echt nicht. Mh. Überprüft eure Ausrüstung und Waffen. Wir brechen bald auf. Oh mein Gott, das ist krass. Das ist einfach durch die Wand, bro. Eine Platte. Von oben. 200. Lauf nicht, lauf nicht. Der muss kommen, ne? Der muss kommen. Ich geh. Ich geh. Noch. Das ist es, Jungs. Bitte. Erstmal. Bitte flasht ihn. Bitte. Wenn ich ihn weggehe. Ja. Ja. Oh mein Gott, Ritter. 10? Er hat's. Mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Er hat's. 10 Games, 20 Wins. Check.